Nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Gold zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer! In Gefechtsstellung! Das heißt, wir machen hier jetzt einen Abflug. Aber wohin? Irgendeiner brummt hier schief mit. Ach hier, Warentransporter. Genau. Das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy-Dodo an. Hehehehe. Der Warentransporter. Dieser Warentransporter führt direkt zum Aufstiegszoll vorm Hochboot nach Elysium. Aber wie es aussieht, ist der Verladevorgang abgeschlossen. Oppenbot hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Oppenbot hat die... Wenn es doch nur ein... Okay, da können wir ins Rohr. Das heißt, wir können jetzt auch hier mit dem Rufus tauschen. Juhu. Hä? Rufus? Was machst du denn da unten? Na was schon? Ich mach die ganze Arbeit. Hehehe. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Wir sind Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Hä? Träum weiter. Andersrum wird wohl eh ein Schuh draus. Glaub das mal. Aber... Ich hab ne super Idee. So. Nein, pass auf. Er hier. Elysium-Bild. Jetzt bräuchten wir hier nur noch irgendwie ne Kiste. Ockenbot zieht sich allen Ernstes dieses Cowboy-Dodo-Gedudel ein. Und das, obwohl er doch inzwischen mitbekommen haben sollte, dass der live einfach nichts drauf hat. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organe. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Das stimmt wohl. Okay, wir brauchen irgendwo noch ne... Ach doch hier, das Fass. Das klappt doch bestimmt. Sehr schön. Können wir jetzt vielleicht hier irgendwie rufen? Juhu! Bäh, keiner da. Hm. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ach, ich weiß. Okay. Und wollen wir hier irgendwie rauskommen? Aber wie? Harre aus! Erstmal können wir hier auch nicht machen, oder? Ist nur wohl hier weiterspielen. Nicht einmal er hilft mir noch. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Siegall hat einen Punkt. Was sagt denn Doc? Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet für Siegall. Dieser Verräter. Doc! Komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Siegall hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Ach, guck mal. Wir haben einen Stecker. Ein Stecker? Kann es sein, dass... Nein. Ne? Siegall erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Hm. Was haben wir denn sonst hier noch? Toni, Siegall. Dann Toni. Sie steht auf Siegalls Seite. Von der ist keine Hilfe zu erwarten. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Dann Siegall. Siegall erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Noch ist Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Tja. Haben wir hier sonst noch was? Sieht nicht so aus. Hm. Hier kommen wir ja auch nicht weiter. Warte mal, wenn wir ihm... Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar. Okay. Was haben wir denn hier noch? Siegall erwartet, dass... Siegall erwartet. Siegall erwartet. Und dann gehen wir das auch mal weiter. So. Harre aus! Wie ist sie denn noch runtergekommen? Tja, das wüsste ich jetzt auch gerne. Hm. Also hier könnten wir höchstens... Das Ding drehen, aber... Das wird wohl nicht viel bringen. Hm. Das wohl auch nicht. Ich würde ihn aber offen botschen. Oh, schau mich an, schau mich an. So ein blöder Fatzke. Oh. So ein... Können wir hier was übersehen? Tja. Mehr wie den Stecker rausziehen oder mit Doc reden kann ich nicht. Doc, komm zu dir! Es tut mir leid, Rufus. Siegall hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Das hier ist... Ein Stecker. Hm. Siegall erwartet das aber... Die... Nach draußen komm ich auch nicht mehr. Plötzlich ist er nur noch dieser, Rufus. Wie ist sie denn noch runter? Hm. Juhu. Puh. Keiner da. Vielleicht hier? Ich habe hart dafür gearbeitet. Das ist die Nukleinsor. Zum Glück scheint der Zähne... Und der Fisch schwamm da auch schon vorher. Ich wüsste nicht, was wir mit den zwei Bildern hier anfangen können. Komm ich da immer wieder raus? Vermutlich. So, in diese Richtung. Hm. Können wir nicht einfach irgendwie da rüberlaufen? Tja. Huhu. Bitte kommen. Hm. Nichts. Auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Es ist gerade so. Da möchte ich... Könne ich das vielleicht hier? Habe ich das nicht gerade schon versucht? Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich werde es garantiert. Ja. Tja. Ich bleibe da. Es war eine... Kann ich ja bloß hier oder hier lang? Sagen. Tja. Das ist doch ein anderes Symbol wie das hier. Das ist einfach nur ein Anzeigefehler oder? Nichts auf die! Das ist die Nucke zum Glück schon! Ich bleib es! Tja! Und mit den zwei Dingern kann ich ja auch nichts anfangen. Oder kann ich Doc damit heilen? Doc arbeitet für Seagull. Von dem kann ich nicht einmal ich bin. Sie steht an. Hm. Hm. Wie komm ich an Goal ran? Wie ist sie da noch runter gekommen? Harre aus! Ich rette dich! Hm. Mit ihm kann ich ja auch nichts mehr machen. Hm. Tja. Hm. Hm. Die Neuen Sauberfl confort. Ich freue mich noch. Amen.